Servus meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video zu KingGitra96 Ja, heute geht es mal als ganz spezielles, heute geht es nämlich um eine Übertragung von von den Philips Go-Get MP3-Player zu der Musikbox von MusicMan Ich zeige einfach wie die Übertragung von MP3-Player und Musikbox funktioniert, deswegen zeige ich sie jetzt Jetzt muss man aber zuerst die SD-Karte raus tun, weil sonst haut es nämlich nicht hin Jetzt zeige ich ihnen jetzt, wie man es ansteckt Man steckt nämlich diesen da rein Und dann steckt nämlich dieses hier rein Müssen Sie sich mal kurz gedulden Sehen Sie, es ist angeschlossen, jetzt muss ich nur noch anschalten Gut, dass ich das hier mal ein bisschen vorbereitet habe Dass ich hier nicht so viel zu tun habe Ich werde diese Lieder kaputt schneiden, also nur den Anfang laufen lassen, weil sonst nämlich könnte es sein, dass das Lieder, äh, diese Lieder haben nämlich urweich Zerletzungen, ich habe kein Und ich habe nämlich keine Lust, dass mein Video dann stumpf geschalten wird Weil es ist ja Es ist ja nämlich eine große Sache Ich spuse einfach nur auf den Anfang vor Weil sonst ist das ganze Video kaputt Und ich habe keinen Bock, dass es stumpf geschalten wird So 30 Es ist schon eingestellt, mit der maximalen Lautstärke Jetzt wandeln wir das mal militart Ist angeschalten Gut Natürlich noch lauter machen Natürlich noch lauter machen Ich habe das schon mit dem Videobeschreibunk Jetzt hanno ein wenig Ich habe da Aber ich war da Sagt Mal Ich war dabei Ich war dabei Ich habe das Ich will die Welt Imperator, schwarzer Aventado, Wacke vom Hotel Ich habe kein Intellekt am Start und warte die Realness hinein Teleskop, Schlagstock, Mant, yeah, Ruger an meinem Gürtel Ich schmücke mich mit keiner Großfamilie, doch Einfach mal zum Vorschwen Weil ich habe keinen Bock, dass es dann stumm geschalten wird Aber der Song sind jetzt schon mal einmal weiter passiert Meine besten Titel halt Die besten Titels, die ich immer anhöre Sind insgesamt 124 Titel auf den MP3-Player drauf, es passen ja 1000 drauf Und die Übertragung läuft echt einwandfrei ins Easy-Installation Kann man sich nicht beschweren, dass sie nicht hinhauen Nach einem kleinen Urlaubstag Fruche Entschlossenheit in den Adern meiner Blutlaufbahn Von der Bus zum Tourauftakt Ich bin Gestalter wie der Erzengel Gabriel Das Game Hardcore Mach diese Szene für Ich bin in Rio, alles Pisser Nur Käffer, nur Lester, Backen auf Twitter Wenn ich Zeugen besteche, mache Rap-Shows Ich gebe es um in den Wert von dem Einfamilienhaus Für Leder des Maybach in den Raums Oder Designerstiefel aus Und wenn im Konzert Ich bin hier im Game und zerstörbar Mit dem Lauf der Gang in deinem Mund Und als Resumanz gehört ...ins von uns ...browning ...begraben und dann hier in Grab, Schafer zieht mit dem Pisstall Und jeder will sich mehr auf Vierzeiten ...ich mache beim Hasen ist 19 und 29 bis halb acht Mach hier wie händer ...ich ist grad frei im Mauer, kört Sumo Machtsymbol, breit wie ein Laienbeck ...nommen Das ist das beste Lied. Das lass ich mal ein bisschen laufen, aber ich sprung ein bisschen vor. Das ist das beste Lied, äh, das aller geilste Lied von den ganzen Titels, was ich ja hör hier. Oh, da kann man ja den Bass hören, das ist echt gut. Schon mal ein bisschen vor, wenn man den Beat hört. Das ist das beste Lied. Das ist das beste Lied. So, das war jetzt mal zum Grobzeigen. Hier mal raus. Ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Euer King Ghidorah 96, äh, die Übertragung von einem Philips Goat Gear MP3 Playouts zu einer Musikbox von Hersteller Musicman. Die Übertragung funktioniert einwandfrei. Was will man mehr? Das können Sie zu Hause ausprobieren. Wie das hier funktioniert mit der Übertragung, dass das auf die Musikbox übertragen wird. Wie funktioniert mit diesem Kabel hier. Mit dem hier stecken Sie das in den, in den, äh, laut, in den Kopfhörersymbol, wenn ich das hier finde, in den Kopfhörersymbol der Musikbox. Ja, und das hier stecken Sie dann in, in das hier. Dann funktioniert die Übertragung einmal frei. Ja, damit bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Euer King Ghidorah 96, eine Übertragung von, eine Übertragung von den MP3 Player zu Musikbox. Und ich sage Tschüss.